herzlich willkommen zur fünftesten folge in das so das heißt das zeug darf jetzt hier gekuscht werden so dann darf das zeug ihn was soll hier genommen stark ist habe ich echt stark ist genommen okay kisten und dann brauchen wir ganz viele greife haben so du kannst dann moment das geht gar nicht dafür brauchen wir ist ohrkurschen 3 das ist das kümmern für zahlen für glas kann ich hier komplett ausbauen die fläche wir brauchen ohrkurschen 3 und was das hier ohrkurschen 2 kurscht ein ohr mit die leute zu fühlen es ist klar na gut dann haben wir das ja schon mal hier vorbereitet dann können so die werden dann als nächstes hier geschmolzen das daraus nehmen und das können wir auch erst noch mal rausnehmen dann machen wir erst mal das da rein eventuell das noch mal eventuell rein das eventuell rein und das eventuell rein bis dahin sollte man wieder genug blaue flaschen auf lager haben bis verlastung machen können so und hier brauchen wir definitiv das muss ich nur umbauen wir brauchen auf jeden fall ich hier noch eine zweite washing plant das heißt die water filtration plant kommt dann nämlich dorthin okay die frage ist warum lebt man headset nicht die steckdose stecken kein kommentar so das war eventuell ist ja gott sei dank das sieht doch schon mal ein bisschen besser aus ich bin ja dafür wenn tor will noch gleich noch mal zu machen damit meine volle linie haben ja läuft auch schon läuft schon läuft schon läuft schon so du hast da das zeug du kommst da raus rote doch rote fließpinn hat man auch schon ne so tunnel fließpinder die da und dann hätte ich ganz gerne ach so die knickern habe ich jetzt gerade rausgeschmissen dann kommt da noch die stromessen hin so ok dann muss ich mir erstmal wieder auf munitionieren hier erstmal muss ich ja weit weg machen erstmal muss ich ja weit weg machen wo war denn das wo war denn das wo war denn das was noch weiter unten ach hier war das da fehlen steel gear wheels ich habe jetzt zufällig noch irgendwie so ein tank dabei ich hätte noch drei stück na wäre wahrscheinlich mal schlecht eventuell hier beim schwel vielleicht nochmal hinzusetzen aber warum läuft denn das die schweröl verarbeitung nur mit einer maschine du hast nicht genug schweröl oh weil die ganzen schweröl es laufen gerade mal zwei maschinen die die anderen vier maschinen sind gar nicht eingeschlossen oh dammit hast du ne untergrundrohre ne komplett ne ach ja wir haben ja die punk bots wie sahen das aus mit den richtigen persönliche roboter hangar wo kommt denn logistik system hier das system ist viel weiter wir brauchen roboter technik das ist der den wir brauchen persönliche roboter 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 es kann nicht mehr so weit weg nur die persönliche roboter hangar und dann roboter und wären wir schon zumindest da ne ich würde eher sagen ja roboter und dann noch roboter technik naja dann brauchen wir das beziehungsweise äh chemie fabriken obwohl jetzt kommt hier wieder mehr an ne 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 für sich selber und so jetzt kommt hier oben hier staut sich das schon wieder gut an was für den flaschen scheitert denn das jetzt wo müssen wir dann jetzt mal hier ausbauen rote wir haben da 2000 wir haben da 2000 rote drin so sollten jetzt noch ein paar mehr rote ankommen wenn wir noch einen zweiten knick am ansetzen vielleicht sogar hier unter umständen noch einen schnellen knick am daraus machen 317 blaue das gleiche spiel müssen wir hier haben wir kein platz mehr noch einen schnellen kupfer kupfer ist hier drüben ok das läuft jetzt alles wieder ja wunderbar perfekt das gleiche müssten wir brauchen mal zu wenig und dann bräuchten wir ja die lila flaschen und da sind wir dann bei erweiterten schalke das war die titanium geschichte genau da bin ich ja gerade dran aber dafür braucht ok was habe ich jetzt gesagt was wir dafür brauchen ok 3 ok 3 und das wäre dann können wir davor noch irgendwas machen dass wir davor noch eventuell die beiden reinsetzen und danach die das heißt wir haben dann ungefähr 4000 flaschen zeit um die lila flaschen zu machen schön das wird interessant gut dann brauchen wir noch eine filtration so eine water filtration anlage so eine water filtration anlage noch einmal loswerden was machst du denn da platz für glas wieso du brauchst doch da oben einfach mal nochmal vier maschinen ranzusetzen hier oben da hast du mir jetzt genug platz ok ich wollte es noch ist im moment noch unnötig im moment noch weil du sagt es ja deutlich ausbauen deutlich wäre schon mal um das doppelte erweitern das kannst du damit ja noch machen gold display gold display large ich kann das sagen dass wir die link auf dem map machen ok so aber ich wollte jetzt erstmal hier eisenherz loswerden das kann da rein das hier rechts das da 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 so du bekommst den ganzen kram Das heißt, haben wir hier noch die Steine, die Steine kriegen wir noch mal weg, was... Das Titanium muss dann da noch raus. Macht geile Geräusche, muss ich sagen. Ah, das wäre besser mit Untergrund hier. Gut, die Anlagen laufen. Perfekt. Es fängt so langsam an, hier nach was auszusehen. Wobei mir die Verarbeitung eigentlich noch unter Umständen zu langsam geht. Advanced Computer... Wie kriegen wir Advanced Computer? Da... Goldkabels, Advanced Contour oder... Das müssten wir auch noch machen. Okay, das läuft. Brauchen wir das Washing dort noch? Und unter Umständen hier schnellere Fließbänder. Gut. Dann haben wir das. Okay, ihr beiden kommt auch nicht hinterher. Dann kriegt ihr dort auch noch mal Sweep-Module rein. Vielleicht sollte ich hier noch einen Zwischenpuffertank reinsetzen für... für das Schmutzwasser. Macht an sich doppelt Sinn. So, wieviel produziert man denn davon jetzt? Das ist Produktion... 420. Ist auch schon wieder so weit. 420... Ah, das macht schon Sinn. Das kriegen wir hin. Okay, dann würde ich sagen, uns rein bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Ciao, ciao.